Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hab doch dann erst gesehen, dass die Bombe da ist. Da liegt ne AK unten. Anpell ist dran, liegt ne AK. Ah, ist das. Boah, Digger, okay. Egal. Digger, bist du irgendwo stoned oder so? Nicht wirklich. Was? 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 Wenn der jetzt reingegangen ist... Nein! Ich hab wirklich gerade drücken. Die sind richtig perfekt zu dir hingekommen. Ich bin einfach da, oh mein Gott. Ist das jetzt? Nein, er ist supergeint. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Check, CT, CT, CT. Ich bin selber spülen. Auch den Connector. Das haben wir noch keinen Skill von den Zielhoff. Hab ich. Sing it, sing it. Ich bin low. CT in jungle. Oh, Alter! Leg mal! Oh mein Gott, Alter! Bombe dann! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! KKK! Füß die XP! Den ist auf den! Den ist auf den Mecki! Boah, Dennis... Den ist auf den Mecki auf K! Den ist er auf den Mecki auf K! Ah, er hat meine... Digga, was war das gerade? Nicht pushen, nicht pushen! Nur 3... Oh mein Gott! Alter, Junge! Dennis, hör jetzt auf! Der ist auf den Mecki auf den Mecki! Alter! Noch im Connor, noch im Connor, noch im Connor! Spielzeit! Jetzt! Nice! Was hat der da hinten gefangen, ey? Meine Güte! Egal! Eins! Egal! Da kommen welche gleich von hinten, Digga! Faszinierend! Faszinierend! Egal! Da ist der Connector gewesen! Letzterer, Mittelüge, oder Connector! Der ist der K. Faszinierend! 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 Dennis braucht eine Glock, sonst kriegt er keinen Endshots hin! Und wenn der Glocken hier gar nichts hin... Gar nicht! Du machst mit der Glock immer mehr als mit der USP! Du machst mit der Glock mehr als mit AKs, Digga! Mit der Glock noch netten Labas oben! Doch! Was labas du? Was labas du? Du kannst dich einfach selber schlechter als wir dich kennen! Mit der Glock ist er doch... ...beschessen, ey! Aber jetzt sind wir beide, oder was? Ja! Was kann ich denn dafür? Alter, der hat fast ein Double gekriegt! Wenn du ihn mal im selben Moment durchpushen musst! Mischießen! Bompi, Bompi! Heiß der Mütters! Go, go, B! Bompi! Lars mit! Komm her mit! Wem hab ich die Galil gedroppt? Orange, Alter! Orange, ey! Don't leave, please! Kein Shot! Warte! Auch Mitte's Down! Last Blower! Rechte Seite! Was? Der hat doch am vollen gewesen, irgendwie gerade! Der hat mich erschossen! Der hat den Orange! Jawoll! Glock kriegt gar nix hin! Gar nix! Du machst mit der Glock immer mehr als mit der USP! Du machst mit der Glock mehr als mit AKs, Digga! Der letzte Runde, Jungs! Kommt doch mal einfach mit B! Dann haben sie doch nen Asch gefickt! Let's go B! Pusht, you fucky! Ja! Immer wieder! Streck! Der hat mich gescampt, der Purple! Der hat mich gescampt! Hier, aber ich gebe dir die Aufgabe, die Bombe zu nehmen! Jetzt nehm die Bombe! Nehm die Bombe, Jörg! Die Bombe! Bloop die Bombe! Mit der Bombe liegt dahinten! Okay! Er schießt durch Wand und durch den Auto! Da kann ich den nicht mehr kennen! Zuka! Das ist nicht weg! Das ist nicht weg! Das ist nicht weg! Warte doch mal! Warte! 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 Da ist oben, du hast 13 Schuss! Das gibt's nicht! 13 Schuss! Ich hab's gesagt! Ja, ey, gut! Ein Flappy! Ein Flappy, du! Ah, aber so ne richtige Fickhunde! Ja! Der scheiß MAC-10 gescannt, der Wichser! Warum wirfst du die weg? Ich hab die vor mich geworfen! Warum wirfst du die weg? Ja, weil ich die vor mich geworfen habe! Warum hast du die vor dich geworfen? Ja und, warum müssen wir einfach die MAC-10? Andere Fragen, Alter! Ach so, deshalb nimmst du die einfach! Weiter links, weiter links! Jetzt! Ja! Wilder raus! Wilder raus! Wilder! Short and Apartment! Nein! Apartment! Ich bin mit Ihnen noch Zeit! Viel Zeit! Cool! Geht's ins Schuss! Du hast doch so dumm! Nett, dein Ernst! Aber wir haben trotzdem gewonnen! Easy win! Easy win! Das war nur für den Gäckchen und Wampf. Ja und alle pushen nicht mit. Jeder geht jetzt 1 in 3 in 1 in 4. Du hast ja auch gar nichts gepusht. Ist das der beste? Best 1 in 1 in 1 in 1? Das ist ein Bopper, ich habe keine Bock mehr! Der Macton ist zu stark. Der ist so f***ing tilted, du. Der ist so f***ing tilted, du. Der ist so f***ing tilted, du. Der ist 1 in 1 in 1. Ich habe nicht die 1 in 1 in 1. Der ist 2 in 2 raus. Ich habe nicht die 1 in 1. Alter, das sind schon 2 Stücke raus. Digga, oh mein Gott. Dennis kommt mit meiner. Knife ihn. Knife ihn. Weh den Knife! Tasse! Ich habe ihn 50 gegeben mit dem Mac-10, what the f***? Ja, das ist ein Bitterkopf. B-Flashes. We can pull B, we can pull B. B-Flashes. B-Flashes. Na, okay. We can pull B. Ich habe 3 Kills gemacht? Haben die alle im Feuer verbrannt? Oder was ist da passiert? Johanna, hä? Ich habe das gar nicht gerafft. Wie habe ich denn 3 Kills gemacht? Ich bleib oben. Einer B los! Er ist in den Jungle. Stairs. Er ist in den Jungle, Zepak. Einer in den Jungle. Kutzt, er ist in den Jungle. Einer in den Jungle. Er ist in den Jungle. Keine Nektor. Einer im Jungle. Zer Jungle. G-G-B. B-T-B. Boah, wie? Boah. Soll. Haha! Kannst du auf Shorts vielleicht... Oh, der Bumke! Scheint, jetzt hab ich hier eine Hilfe für's. Da lag noch die MP9 in der Mitte. Der war auf! Ooooooh! 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 Nooo! I threw the off my way! Ooooooh! Ooooooh! Digger, der arme Digger, der wird seinen Nacken nie wieder... Der wird seinen Nacken nie wieder gekauft! Der ist richtig... Der ist super Shatter, er ist eine Richthütte Digger! Digger, der hat... In V-Life ist jetzt seinen Nacken rücken gegangen. Das Arkawa kostet Digger. Ja, ich hab ihn eingedrobt. No brain, but very lucky shooting heading. Geht! Zeug geht! Komm, komm, komm. Ja... Wie schlecht ist? Big push, big push! Hinter dir! Nein! Scheiße! 50 hat er noch gekriegt! Was hab ich? Oh, ist doch nub! Und so... Dieser Taser ist so dumm! Ja, aber gut... Eigentlich ist es... Er ist halt echt strong, ne? Ich wusste es halt eigentlich ein Seth Tiffany-Close sind, ne? Ja... Also als CT ist das halt schon geil, ne? Ja, stell dir mal vor, allein wenn du dich im Endeffekt da so unter Kao oder sowas verkämst, Digga, einen holst du immer mit! Mit nem Taser, ist doch so! Und erstes Mal... Ich weiß nicht, wie sieht's Geld aus beim Taser? Ja, 200 Dollar kostet ja und du kriegst 300 halt gekillt. Ja, guck mal! An dem Endeffekt beim Eintritt hast du eh die Taser wieder raus! Ja, das ist überhaupt noch drin! Ja, und du hast sogar noch einen Kill! Das ist eh das die Füße! Hm!